Moin Leute und herzlich willkommen zurück. Ha! Ich hab's tatsächlich entdeckt. Ich musste nämlich nachgucken, bin selber nicht drauf gekommen. Es hat ja nur noch was gefehlt. Ich hab mich jetzt mittlerweile wieder beruhigt mit meiner Panik, dass ich hier wieder alles neu machen müsste. Und zwar, es ist halt wirklich, wie es in dem Brief stand, es ist halt irrelevant, in welcher Reihenfolge wir das hier... Okay, ich hab grad schon gedacht, es wird irgendwas Schreckliches passieren jetzt danach. Oder ich muss jetzt wieder aufpassen. Ähm, jedenfalls muss ich jetzt halt nur gucken, wenn ich jetzt das hier reingebe. So wie ich das jetzt verstanden hab, hat jede Chemikale hier einen Knopf. Und da ja die Reihenfolge, in der wir das hier reinschütten, total egal ist, müssen wir nur hier dann die richtige Reihenfolge drücken. So hab ich das jetzt verstanden. Haben wir den da schon stehen? Nein, haben wir nicht. Dann stellen wir den noch gerade da hin. So funktioniert das jetzt nicht. Geht doch. So, und jetzt... Es sagt, Okay, ich hab mir jetzt aber auch die Reihenfolge aufgeschrieben. Weil... Halt doch mal die Klappe hier. Das setzt mich jetzt in die Reihenfolge. Und zwar, weil ich mir immer so schlecht Dinge merken kann, hab ich mir jetzt das einfach aus den Notes da rausgeschrieben. Und zwar, Aceton müsste der erste Knopf sein. Dann kommt Wormers Chlorin, zwei. Dann kommt Sulfur, das ist die drei. Dann kommt die vier. Das müsste das hier sein. Fünf, haben wir gesagt, ist das hier. Und jetzt hier die sechs. Das ist jetzt aber doof. Ach. Ja, ich bin dumm. Ja. Ach. Haut mich, schlagt mich. Haha. Ah. So rum. Das war die fünf. Die vier war... Huch, nein. Ich hab's wieder falsch gemacht. Ah. Was ist los? Also, es ist die zwei. Dann die eins. Dann auf die vier. Dann die... Was ist es? Die sechs. Ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Hä? Du willst mich verarschen. Zwei. Eins. Vier. Sechs. Fünf. Zwei. Geht doch. The screen reads mixture completed. Please insert sample virus. Irgendwann ist irgendwas. Oh, es vibriert. Was zum Geier war jetzt das? Finally. Finally. Hurra, wir leben noch. To-do-List. Nichts mehr. Yeah, wir sind frei. Hurra, wir leben noch. Und jetzt? Clarence ist weg. Jetzt fühle ich mich auf einmal einsam. Wir sind jetzt ganz alleine hier. Und wir mussten nur die Hand hier drauf halten, oder was? Was war jetzt das? Oh nein. Nein, 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 nein. Oh, nee. Komm schon. Ach, ich hasse dich, Clarence. Äh, wo laufe ich gerade langs? Das ist jetzt gerade blöd. Öl, geh rein. Kann er mir nach? Nein, gut. Das ist jetzt kacke. Ich habe hier wieder vergessen, wie ich hier rauskomme. Wo ist er hin? Ich lasse ihn noch einmal da hinten langs ran und dann. Oh, Monkey. Alter, dieser Assi hier will uns wirklich killen, ey. Über die ganze Zeit hier. Aber gut, ja, wir wollten ihn ja auch killen. Ja, warum bewegt dich wieder da hin? Ich sehe dich, Monkey. Oh, 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 oh. Das ist aber nicht gut hier. Öl, geh rein, geh rein. Uh. La, 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 la. Uah, ah, ah, ah. Das war nicht zu nah rangehend, er beißt, ne? Nein, das glaube ich hier nicht. Okay, jetzt möchte ich mal gucken, wann er jetzt wieder da langsgestapft kommt. Oh, er hat bitte jetzt auf einmal das Ding da hingestellt. Ich glaube, der will mich verarschen hier. Jetzt, komm, jetzt bewegt er den Hintern da hinten langs. Das sagt der Richtige. Verdammte Kacke, ey. So, ich lasse jetzt noch einmal da langsgehen und dann stürmen wir raus und schieben das Ding zur Seite. Monkey. Monkey. Es ist verrückt. Jetzt bewegt er den Hintern da langs. Geht doch. Monkey. Oh, Monkey. Ich weiß, das ist immer noch nicht, was ich machen soll. Ähm. There cannot be one, there can only be a soul. There cannot be one, there can only be a soul. There cannot be one, there can only be a soul. At the end, this one was more human than he would have believed. Man, this one was more human than he would have believed. Was by the end, this one was more human than he would have believed. Ähm. Do not be alarmed. This place is in your light. Mankind. You know yourself. You are nothing to fear. I, on the other hand, stand to lose everything. One came before. Mankind. Mankind. How war'd. He was not strong. Mankind is a fool who's stronger even than I. But alone, Mankind is weak. Nonetheless, I do not underestimate you, Mankind. I submit to you. However, I must, against my own desire, tempt your anger further. Mankind is not united, as I am. Such a seeding mass of individuals. Little wonder you all pull in different directions. All of me pulls in one direction. And for that reason alone have I vested those that disturbed me. I would test your reactions, Mankind. I will test you, in which direction you pull. And then you shall have your answers. And if need be, your revenge. Die wollen mich jetzt testen. Also wollen sie mich wieder töten, ja? Das ist so. Ist eigentlich, kommt wahrscheinlich wieder auf Selby hinaus. Ironball. Ich muss noch einen anderen Weg raus finden. Oh, toll. Der Hedge ist zu schwer, um zu hoch. Hm. Ah, diese Eisenstange, die hätte ich auch mal gern. Die hat explosive Fähigkeiten. Das fühlt sich überhaupt nicht sicher. Was in diesem ganzen Komplex hat sich jemals als sicher angefühlt? Hä? Oh nein, ich hab ein schlechtes Gefühl mit den Spinnen. Huch. Was zum... I would not tempt Mankind's wrath and destroy you. I am more charitable than that. Was? Hab ich jetzt bestanden? Ja, nein. I am not approaching this correctly. This is some kind of test. And the most obvious way is probably not the right one. Okay. Christ, what am I thinking? Ja, es ist zu früh, um zu leben. Ich brauche, etwas Leverage aus dem Weg zu bekommen. Die Mutter ist hinter dem Dingens. Ja, wir haben hier das Teil und... Jetzt könnte ich wieder da runter gehen, wieder sterben, wieder versagen. Ich bin mal so frei und mach das hier hoch. Ach, komm schon. Haben wir irgendwas in der To-Do-Liste? Nein, haben wir nicht. Nein, auch nicht. Ist jetzt blöd hier. Haben wir irgendwas anderes noch im Inventar? Nein, nur diese Eisenstange und die Säge halt. Hm. Nope. Schade. Ah, der Turm von Isengard. Oder nein, sagen wir mal eher Mordor. Ich könnte jetzt wieder runter gehen, aber ich weiß nicht, was mir das bringt. Kann ich dem irgendwie... Nein, das bringt ja auch nix jetzt. Wenn ich jetzt hier runter gehe, werde ich wieder sterben, das weiß ich ja. Jetzt labert er wahrscheinlich wieder hier. Ah, ich muss mir also irgendwas anderes hier suchen, aber die Frage ist, was? Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Ach, sieh mal einer an. It's a hole in the wall. Oh, da habe ich schon zu verlieren. Ich habe hier jetzt eine Wurfwaffe. Okay, bleib da. Ich werde zurück. Ja, ich habe bestanden. Also ich muss sozial sein, oder wie? Zumindest mal bei diesem Test. Aber ich wusste ja nicht, dass da unten was ist. Na egal. Ja, ich habe bestanden. Also ich muss sozial sein, oder wie? Zumindest mal bei diesem Test. Und zusammen ist der einzige Weg. Ich bin als einer, obwohl ich viele bin. Danke, Menschheit. Jetzt kommt der nächste Test, oder was? Das Experiment. Ich komme ja gerade vor so, was weiß ich was, wie ein Saw oder... Gut, es ist eigentlich besser als ein Saw. Hier sterbe ich nicht. Hier verletze ich mich nicht. Das hört sich nicht sehr vielversprechend an, hier. Dieses Gewatscheln und Gepatscheln. Hier wird mich wahrscheinlich was töten wollen. Huch. Die tun mir leid mit ihrem Schniedel hier. Solange mich der nicht tötet, würde ich dem auch nichts machen. So Gnade zeigen hier. Nein, ich weiß nicht, was das macht hier mit dem... Au, 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 au. Der haut ja doch... Was zum Geier ist denn mit dem los, Mann? Ich versuche lieb und nett zu sein und 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 und... Und der, der haut auf mich ein, verdammt. Mh... 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 Äh, ach so. Läuft ja richtig gut. Jetzt kommt der nächste Test. Wie viele Tests kommen denn da eigentlich? Ach, wir haben jetzt schon 17 Minuten, aber ich will jetzt eigentlich nur ungern abbrechen. Vielleicht ist das jetzt schon der letzte Teil. Ich weiß es ja nicht. Was ist ein strange Gefühl. Ich fühle mich so präsentiert, so bewusst. Ich fühle mich, als ob ich ein Teil von etwas größeres, mit alles und allen zu verbinden bin. Äh, das gefällt mir jetzt aber nicht. Ich bin eigentlich nicht so der Kommunist. Was ist das denn? Es ist eine heavy-looking Stonedore. Ich werde es nicht abbrechen, indem ich Brute-Strengthen öffne. Es ist eine heavy-looking Stonedore. Seems like that poor guy set off the trap, most likely saving my life. The trap also seems to be broken now, so it should be possible for me to pass. I'd better be up for the task ahead, so that guy didn't risk his life in vain. Meh. Ah, ganz toll. Ähm, ich würde sagen, ich mache trotzdem mal noch einen Cut. Ich weiß ja nicht, wie lange das danach noch geht, wie viele Tests da noch kommen. Also wir sehen uns. Bis gleich. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi.